Hey Leute, mein Name ist Miles, ich bin 15 Jahre alt und mein YouTube-Kanal heißt Insane Community. Erstmal ein riesen Dankeschön an Gameplays, der Kanal, dessen Namen ich immer noch nicht richtig aussprechen kann. Ich find's echt cool von euch, dass ihr Promotions von anderen YouTubern hochladet, die nicht so viele Abonnenten haben wie ihr. Wir haben es manchmal echt schwer. Ich mache Gameplays von Battlefield 3 und Co. auf eine etwas andere Art. Die Videos sind meistens nicht kommentiert, deswegen, um meine Abonnenten trotzdem zum Lachen zu bringen, baue ich Trollfaces in die Videos ein. Die paar Abonnenten, die ich bis dato habe, finden das auch gut so und es bringt sie immer wieder zum Lachen. Hier mal ein paar Beispiele. Hier mal ein paar Beispiele. Ja! 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 Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu! Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trop. Wenn das, was für sie ist. Vorsicht beklagt! Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Wir haben nicht viel Zeit, Lieutenant. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich wirklich drüber freuen, wenn du auf meinem Kanal vorbeischauen würdest, wenn du die Feedback hinterlassen würdest. Und mein riesen Dankeschön an Gio und Chicken, dass ihr dieses Video für mich hochgeladen habt. Peace out! 2 Untertitelung des ZDF, 2020